Dadurch, dass sie mich verboten haben, haben sie die Musen dazu angestappelt, mich umso leidenschaftlicher zu küssen. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was einem Dichter passieren kann. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Bezogen auf die sogenannte Opposition in der DDR. Ich war mir da schon zu DDR-Zeiten nicht sicher, inwiefern das Opposition ist und wie fundamental eigentlich die Positionen sind, die sich da miteinander treffen. Das war damals schon unsere Kritik, dass es nicht politisch genug ist. Also, dass nicht klar genug auch formuliert wird, was die Ursachen für Dinge sind, die uns in irgendeiner Form nicht gefallen. Aber immer aus irgendwelchen Anspruchstellungen heraus, die genau nicht mich als handelndes Subjekt der Geschichte sehen, sondern mich als ein geschichtliches Subjekt, was einfordert, dass andere die Handlungen vollziehen und nach meiner Pfeife tanzen. Angeschlossen haben sich höchstens diejenigen, die sich zur Ausreise aus der DDR entschlossen haben. Um sozusagen den Prozess zu forcieren, hat man sich öfters in solchen Kontexten sehen lassen. Die Gruppe, die die Opposition gebildet hat, war sehr klein, war eine kleine Handvoll. Ein paar hundert, vielleicht etwas über tausend Leute, die sich regelmäßig oppositionell betätigt haben. Vielleicht noch dreimal so viel, die ab und zu zu Veranstaltungen gekommen sind. Aber das war es dann auch. Alle anderen hatten mit der Opposition nichts zu tun. Und nun geht es los. Gut, wie weit ich mich vorstellen kann, werden wir schauen. Ich habe mit vielleicht so 13, 14 Jahren angefangen, mich politisch irgendwie zu interessieren für das, was ist. Da war noch viel DDR übrig, viel Restlaufzeit für diese DDR, die dann 1989 unterging oder eben im Oktober 1990 endgültig abgelöst wurde. Und habe mich politisch bewegt und habe natürlich eine ganze Menge, wie viele meiner Zeitgenossen, eine ganze Menge Erwartungen auch an diesen Niedergang der DDR-Administration geknüpft. Wir haben nicht Ideen gehabt, was man anders machen könnte, was man wie ein schöneres politisches Gemeinwesen aussehen könnte oder sowas. Und wir mussten relativ schnell begreifen, dass das so in der Form nicht wird, sondern dass wir gewissermaßen von einer komischen Situation in die nächste komische Situation gleiten werden. Und die ist dann eben letztendlich im Oktober 1990 so vollzogen worden mit dieser Wiedervereinigung. Also das war dann gewissermaßen die Nacht, in der man sagen konnte, okay, die Messen sind gesungen. Es wird keine eigenständige Ex-DDR-Staatlichkeit geben und nichts, was das ablöst. Und viele der Ideen, die uns über die davorliegenden zehn Jahre irgendwie getragen haben, Fragen nach freien Gewerkschaften, Fragen nach Selbstverwaltung in Wohngebieten, das tatsächlich ernst zu machen mit dem, was da als Volkseigentum bezeichnet wurde, die sind in diesem Moment zunächst mal ad acta und sind genauso wieder was, was vor einem liegt, wo man sich in irgendeiner Weise dafür engagiert oder man lässt es. Aber es ist auf jeden Fall die Zeit vorbei, in der man sich mit den Ideen tragen konnte, dass davon irgendwas übrig bleiben wird. Du bezeichnest dich als Anarchist und Antifaschist und hast bereits in der DDR gegen Neonazis und dem Staat protestiert. Gesamtgesellschaftlich gesehen taten sich eben viele, also in Ost und West, sehr überrascht über die Gewalt in den 90er Jahren. Für dich war das anscheinend nichts Neues und kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie du das Nazi-Problem in der DDR wahrgenommen hast, beziehungsweise wie du damit in Berühr gekommen bist? Ein Nazi-Problem in der DDR habe ich schon als Kind wahrgenommen. Also da musste man nicht erwachsen sein, sondern das hat man einfach diesen Kneipenfaschismus, der ist gewissermaßen diese DNA auch der ostdeutschen Gebiete gewesen. Wenn man in eine Kneipe kam und sich dort mit Hitlergruß begrüßt wurde, war das nichts Ungewöhnliches. Das ist unangenehm, aber eine Tatsache. Und das Ganze blieb aber von wenigen Ausnahmen abgesehen. Also es gab da 1986, glaube ich, in Magdeburg so pogromartige Situationen, die schon in eine klar organisierte Richtung gingen. Aber an und für sich trat das erst mal relativ selten so zu Tage. Und verstärkt wurde das ab ungefähr 1983, als die ersten Skinheads in Berlin so gebraucht sind. Und dann gab es so eine Entwicklung bis hin nach 1987, auch glaube ich am Oktober irgendwann, gab es den Überfall auf die Zionskirche in Berlin, wo nach einem Punkkonzert dort Nazis reingerockt sind, Leute schwerst beschädigt haben. Und das war dann der Moment, wo wir in Dresden beispielsweise dann auch die Anti-Nazi-Liga gegründet haben, die sich als Aufgabe gestellt hat, zum einen auch mal in einer, ich sage jetzt mal so normalen Bevölkerung, darüber das Wissen zu vermitteln, dass es sowas gibt. Weil es betraf zum damaligen Zeitpunkt schon eher nur Randgruppen. Also du warst, wenn du schwul bist und ein bisschen danach aussiehst, wenn du Punk bist oder so, dann hast du schon ab 84, 85 warst du ständig Mode, hast du ständig irgendwo aufs Maul bekommen. Und das war aber gewissermaßen für die Normalbevölkerung, die war ja da jetzt eben nicht das typische Opfer. Das ist was, was sich dann ein Stück später erst herausgestellt hat. Es gab also vereinzelte Übergriffe, die jetzt wirklich rein narzisstisch motiviert waren, auf nicht weise Leute, die in Deutschland leben. Die passierten aber verhältnismäßig selten, dafür dann relativ stark, also wenn sowas passierte. Und eben Angriffe auf Leute, die eh nicht gelitten waren in dieser Gesellschaft. Und das war so gewissermaßen das Stammbuch der Anti-Nazi-Liga. Also so mit so einem kleinen Vortrag durch die Gegend fahren und in verschiedene Stellen war ja meist, dass man sich da so in dem Kirchenbereich aufhalten konnte. Und da hat man dann irgendwie Leuten was erzählt, wie die Lage ist. Was ich mich jetzt frage, die DDR hat sich ja explizit als antifaschistisch dargestellt. Und kannst du sagen, was sie da wirklich aktiv dagegen getan haben? Die DDR als antifaschistischer Staat, eine schwierige Geschichte. Ich denke, die Gründer der DDR haben genug unter dem Faschismus gelitten und hatten gute Gründe, sich zunächst mal antifaschistisch auch dauerhaft zu orientieren. Und das würde ich für einigermaßen glaubhaft halten, dass sie das so wollten. Und es hat in vielen Bereichen, also was Lehrer angeht und was Justiz angeht speziell, hat es schon eine gründliche Entnazifizierung auch gegeben, die dann teilweise durchaus auch mal übers Ziel hinausgestiegen ist. Dann sind Leute abtransportiert worden, da sind auch Leute umgebracht worden, wo es im Nachhinein vielleicht in Frage steht, war das jetzt alles so richtig? Aber es hat da auf jeden Fall Versuche gegeben. Davon war in den 70er, 80er Jahren nie mehr wirklich viel zu spüren, sondern man hatte den Eindruck, das ist so ein institutionalisierter Antifaschismus, der eigentlich aus so einer Beschwörungsgeschichte, man trägt das vor sich her und redet das immer wieder, dass wir antifaschistisch sind. Und für jemanden wie mich, ich habe mit 14 Jahren meinen Kampf gelesen, 13, 14 Jahre war ich alt und war völlig irritiert über das, was ich da gelesen habe. Und habe festgestellt, dass das ist irgendwo auch wiederum in die DNA der bürgerlichen Theorien eingeschrieben, was dort dann irgendwie kommt. Und ich hatte kein Adorno zur Hand, um da jetzt irgendwie eine Position dazu wirklich zu entwickeln, aber irgendwie hatte ich ein mulmiges Gefühl und hatte das mulmige Gefühl, dass da verdammt viel davon übrig ist in den alltäglichen Diskussionen in meiner Gesellschaft von solchen immerhin nationalsozialistischen Positionen. Ob die Leute deswegen alle einer faschistischen Führerstruktur das Wort geredet hätten, bin ich mir unsicher. Das ist dann so eine Milieusache. Die einen stehen halt mehr auf Faschismus, die wollen gerne einen Führer, die anderen sind eigentlich intellektuell eher dagegen. Aber die inhaltlichen Aussagen eines Nationalsozialismus, der biologistisch irgendeine Welt verändern will, genug davon übrig gewesen. Und dort fehlte mir seitens der Bildungsstrukturen, aber auch der öffentlichen Artikulation sowas wie eine kritische Auseinandersetzung. Also ich hatte den Eindruck, der Sozialismus ist in Tiefschlaf verfallen und hat eigentlich nicht wirklich das Thema in nennenswerter Weise nach den 50er Jahren noch bearbeitet. Jetzt sagtest du ja vorhin, dass so ein bisschen dieser Antifaschismus so vor sich her getragen wurde. Wie waren denn so konkrete öffentliche Reaktionen auf eure praktische politische Arbeit? Die waren unterschiedlich. Insofern die 80er Jahre waren natürlich schöne Jahre, weil der Staat DDR war so weit geschwächt und der Rationalismus hat sich in der Staatssicherheit so weit durchgesetzt, dass solche Personen wie wir eigentlich unangreifbar waren. Also sie wollten sich nicht unbedingt schlechte Presse machen international. Sie wollten diese ganze Zerrerei nicht. Es gab auch 76 ja so eine Annäherung, so Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und da gab es so den Versuch der quasi Anerkennung der gegenseitigen Staatlichkeit in Deutschland. Und insofern hatte man verhältnismäßig viel Nernfreiheit. Es gab natürlich immer mal, dass man da irgendwie für endlose Zeiten zu verhören geholt wurde. Und es wurden immer mal die Bestecke gezeigt, mit denen man uns auch wehtun kann. Aber es ist letztendlich nicht dazu gekommen. Die andere Seite ist natürlich die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger damit umgegangen sind. Und wir waren wenige. Wir waren wenige Leute. Also der Stasi-Chef vom Bezirk Cottbus hat mal irgendwann durchgezählt, hat gesagt, es sind ungefähr 3000. Das sind jetzt wahrscheinlich alle die, die jeden Montag bei Pegida stehen. Weil die nehmen ja alle für sich in Anspruch, dass sie der Widerstand waren. Aber der hatte DDR weit gezählt. Mehr war es nicht. Und es war auch so, dass man jetzt nicht unbedingt im Kolleginnenkreis oder so besonders wohl gelitten war. Weil das natürlich Scherereien gab. In dem Moment, wo man sich anlegt mit einer staatlichen Leitung, mit einer Betriebsleitung oder sowas. Dann hat das natürlich Auswirkungen auch für die anderen. Der Frieden ist in irgendeiner Form gestört. Und das hat man dann auch tatsächlich im Verhältnis unter den Kolleginnen dann durchaus auch zu spüren bekommen. Kannst du dich noch an den Tag genau erinnern, als die Mauer fiel? Wie das für dich war? Ja, kann ich mich total daran erinnern. Ich bin nach Hause gekommen und mein Sohn hat gesagt, die haben den Petter verhaftet in Prag. Und da bin ich nach Prag gefahren. Also ich habe sozusagen gleichzeitig erfahren, dass ein Freund verhaftet worden ist wegen feindlicher Nachrichtenübermittlung. Es gab da auf dem Wenzelsplatz ein ziemlich rabiates Vorgehen der Polizei. Und da ist ein Mensch getötet worden. Und dann bin ich in den Zug gestiegen. Der Zug war völlig leer. Und bin da nach Prag gefahren. War dann bei der Gründung dieses Obsessner Forum dabei. Dies sogenannte Bürgerforum, was quasi so eine ähnliche Geschichte wie das neue Forum in der DDR war. Was aber viel kurzfristiger und viel mehr auch aus einer Demonstrationssituation zustande kam. Aber es stand für mich nicht so im Vordergrund. Also dieses Eingemauertsein, was viele Leute zu DDR-Zeiten so stark empfunden haben. Ich war so weit eingemauert, dass ich nach 1981 Polen nicht mehr betreten konnte und nach 1986 Tschechoslowakei nicht mehr betreten konnte. Da war mir doch der Westen wurscht. Ja, also da lagen mir sozusagen die Kontakte zu Solidarność, KOR, Wons und so weiter, die lagen mir persönlich viel näher. Da hatte ich handgreiflich mit Menschen zu tun. Und das habe ich tatsächlich auch als Verlust empfunden. Und den Tag der Wiedervereinigung, wie kannst du dazu noch was sagen, was dir da so durch den Kopf ging oder was da so? Der war für uns persönlich gar nicht so wichtig. Die Deppen haben gefeiert und die Nazis sind irgendwie in 20, 25 Leute sind durch die Neustadt und haben Hitler gegrüßt. Aber das haben sie ja gewissermaßen immer gemacht. Also für uns war das schon jetzt mal, sage ich mal, als Leute, die im Opferbereich von Nazi-Angriffen sich bewegt haben, war es nichts Neues. Das war gewissermaßen ein Tag genauso schwarz wie alle anderen. Und man musste sich irgendwie drum kümmern, dass da jetzt die Hütte nie gar so brennt. Und zwar aber jetzt, also Dresden hatte auch keinen solchen Peak drin. Man hört es ja eben, wir hatten dieses Interview mit den Leuten vom 2. Oktober. Es gab Orte, an denen es wirklich ganz, ganz schlimm zugegangen ist und wirklich spitz auf Knopf stand. Und ob Menschen sterben werden in dieser Nacht, das war in Dresden zum Glück nicht so. Wir hätten kurz nochmal im Vorfeld gesprochen, dass wir es auch ganz spannend finden würden, wie heute dein kritischer Blick auf 30 Jahre Wiedervereinigung aussieht. Kannst du das nochmal beschreiben? Es gibt eine ganze Menge kritische Blicke. Es gibt zum Ende einen ganz wesentlichen selbstkritischen Blick, der eben auf diese Genügsamkeit, sich an dem Staat abzurackern, ein Stück absetzt. Und sagt, da haben wir es uns zu billig gemacht. Wir haben völlig unterschätzt, was Mentalitäten für eine Rolle spielen. Und das hat ja gewissermaßen im Diskurs, hat es ja wirklich bis Goldhegen gedauert. Der hat dann irgendwie 1995 da irgendwie diese, auch wirklich akribisch versucht hat zu zeigen, wie diese Volksgemeinschaft funktioniert hat und die Persistenz dieser Volksgemeinschaft auch im Kleide der DDR. Und die Verlottertheit der politischen Kultur in diesem Land, die haben wir völlig unterschätzt. Und haben uns über unsere kleinen Erfolge gefreut, wenn wir da irgendwie die Polizei abgehängt haben oder so. Also dieser 9. November in Prag. Da rennen dir irgendwelche Leute hinterher und du findest es total geil, dass du ihnen entkommen bist und fühlst dich voller Leben. Und eigentlich ist es völlig stumpfsinnig. Es hat mit dem Leben nie wirklich was zu tun, weil das Leben ist genau dort an der Stelle, wo du mit den Leuten, die in deinem Haus sind, klarkommen musst, von denen du weißt, dass sie dich verpetzen. Und dass sie eben nicht für Menschenrechte einstehen und dass sie die abstufen und dass sie die Herkunft von Menschen in irgendeiner Weise für wesentlich halten in der Rechtsstellung von Menschen. Das sind alles Dinge, für die hat es lange gebraucht, bis wir das, für mich ist es tatsächlich der erste Moment, wo ich das so gemerkt habe, war die Rückfahrt an diesem 9.10. November 1989 aus Prag. Da ist der Philosoph in mir wach geworden und hat Aua geschrien. Und bis ich das in eine halbwegser Ordnung mit mir und für mich gebracht habe, sind sechs, sieben Jahre vergangen, würde ich sagen. Das ist so die eine kritische Position. Die andere kritische Position ist die bezogen auf die sogenannte Opposition in der DDR. Ich war mir da schon zu DDR-Zeiten nicht sicher, inwiefern das Opposition ist und wie fundamental eigentlich die Positionen sind, die sich da miteinander treffen. Das war damals schon unsere Kritik, dass es nicht politisch genug ist. Also dass nicht klar genug auch formuliert wird, was die Ursachen für Dinge sind, die uns in irgendeiner Form nicht gefallen. Und inwiefern die für dieses System, in dem wir gelebt haben, konstitutiv sind. Und was man an diesem System, wenn man es denn in irgendeiner Weise erhalten wollte, was man tun müsste, um da irgendwie dagegen zu streben und was Besseres auf die Beine zu stellen. Das hat zwei Folgen gehabt. Die eine Folge ist, dass wir mit Halunken gemeinsam politisch gearbeitet haben, die auch heute auf der ganz rechten Seite teilweise reüssiert haben. Das sind sozusagen Dinge, die schleppt man dann schon ein Stück mit sich her und sagt, okay, da war irgendwas scheiße. Das ist die eine Folge, dass man sozusagen die Indifferenz im vermeintlich eigenen politischen Lager. Und das andere ist, dass wir, obwohl wir uns eben mit Fragen anderer Gesellung auseinandergesetzt haben, obwohl wir den realen Sozialismus kritisiert haben und gesagt haben, das ist ein Staatskapitalismus, das ist in irgendeiner Form muss das sozialistisch überwunden werden, was auch immer man macht, ob das ein Syndikalismus ist oder ob das die Trotzkisten waren, die da irgendwie sich Dinge ausgedacht haben. Da hätte man sich drüber streiten müssen und da hätte man noch genug Raum zum Kämpfen gehabt. Letztlich waren wir aber in der Situation 89 völlig unvorbereitet. Wir waren überhaupt nie in der Lage, die Machtfrage zu formulieren und haben auch nicht Ansprüche gestellt, wie es jetzt weitergehen soll. Also wir haben unsere hübschen Ideen gehabt, irgendwas mit ohne Armee und Frauenrechte und Bildung. Und ja, total viele schöne Ideen, aber das reicht eben alles nur für viele kleine Bürgerbewegungen und nicht für ein Konzept einer nachbürgerlichen Gesellschaft, wie das aussehen könnte. Das ist eine ganz schöne Messlatte weit oben angesetzt, oder? Nee, 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 aber man muss es ja an den eigenen Ansprüchen messen. Also wenn ich mich politisch-philosophisch mit der Situation auseinandersetze, in der ich lebe und sage, ich will da tatsächlich sowas wie eine Opposition oder wenn ich die bürgerlichen Begriffe verlassen will, möchte ich eben irgendwie eine Selbstorganisationsform entgegensetzen gegen so eine staatliche Organisationsform, so ein Top-Down-Modell und so weiter, dann muss ich eigentlich in dem Moment, wo es darauf ankommt, auch was auf Tasche haben. Und das Dritte, was ich an Kritik vielleicht mal bringen würde, ist dann eben tatsächlich die Entwicklung seit 1990. Also diese völlig nervende Larmoyanz dieses Volkes, sich immer in einer Opferrolle zu sehen, egal ob sie diesseits oder jenseits der Mauer, von wo auch immer geguckt, da leben, sind alles nur Opfer, sind alles nur Verlierer. Und eigentlich sind sie gebacken dafür, die Gewinner zu sein. Und schuld sind dann immer irgendwie die anderen und die Fremden. Und es hat sich zu einer Situation entwickelt, die sich, glaube ich, die Bundesrepublik auch in den 70er-Jahren auch nie vorstellen konnte oder in den 80er-Jahren. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, das ist auf irgendwas beschränkt, sondern einfach so eine Weinerlichkeit, die vor sich hergetragen wird und letztendlich eine völlige Illusionslosigkeit auch vor der Geschichte, vor der kommenden Geschichte, Dinge anzufassen und zu sagen, wir wollen. Also eine gewisse Passivität. Eine Passivität, wobei man ja von Leuten, die jetzt auf die Straße gehen, zu so einer Anti-Corona-Demo oder sowas gar nicht sagen könnte, die sind passiv. Also da müsste man jetzt auch noch einmal, das ist eine Anspruchstellung, die da stattfindet, die aktivistisch vorgetragen wird. Nur handeln sollen andere. Also das sind jetzt keine dort lebendigen Selbstorganisationskonzepte. Also wir können ja an der Orten auch sehen, dass Leute auf die Straße gehen und auch dort ist nicht alles schön. Also in der Ukraine sind es auch letztendlich die Nazis gewesen, die da rumgesprungen sind oder die dann auch immer mehr Oberhand auch gewonnen haben. Oder Jugoslawien, die Auseinandersetzung. Ganz schmerzliches Kapitel der Geschichte nach 90. Wie dort der Hass immer größer geworden ist, aber immer aus irgendwelchen Anspruchstellungen heraus, die genau nicht mich als handelndes Subjekt der Geschichte sehen, sondern mich als ein geschichtliches Subjekt, was einfordert, dass andere die Handlungen vollziehen und nach meiner Pfeife tanzen. Und das ist der, also die Ablehnung des Besetzens von Häusern oder sowas, die ist doch ungebrochen. Die Leute sagen, der Staat ist scheiße, aber wenn es gegen die Zecken geht, auf der Liebig oder sowas, na klasse, dann sollen die Polis kommen und sollen die dort wegräumen. Und da gibt es auch kein Wort des Bedauerns oder sowas. Dass da Menschen tatsächlich sagen, das ist meine Stadt, ich möchte darüber empfinden, befinden, was in meiner Stadt passiert und möchte das gestalten. Das zeigt doch einfach, wie schwierig progressiven Ideen erstens sind zu formulieren und zweitens auch umzusetzen. Also das ist schon immer so gewesen, glaube ich, oder? Also es gab so einen Strudel, es war ganz vieles möglich. Du konntest Häuser besetzen, du hast einen Brief geschrieben ans Bildungsministerium, zack, bumm, hast du im Radio erfahren, ist gerade zurückgetreten oder so. Also es gab viel Freiräume. Man konnte da tatsächlich Selbstverwaltungsgeschichten ausprobieren und viele der Projekte existieren ja bis heute und haben sich irgendwie über die Zeiten gerettet. Ich bin eigentlich eher darin zu schauen, wie können wir jetzt beispielsweise ausbrechen aus dieser Situation, die wir haben, die wir weltweit haben, dass wir als Libertäre irgendwie genötigt sind, den Pluralismus zu verteidigen und den Parlamentarismus. Und zu sagen, dass die Merkel nicht so schlimm ist, bloß weil wir uns ansonsten in falscher Gesellschaft wiederfinden. Und bloß weil es sonst niemanden mehr gibt, der irgendwie die Menschenrechte versucht zu retten. Und das Ganze müssen wir aber in dem Wissen tun, dass die Menschenrechte ja so schon nicht für ganz viele Menschen treffen. Eine Milliarde Menschen leidet Hunger. Was willst du mir da mit Menschenrechten? Das ist die Lage. Und es gibt Menschen, die das überhaupt nicht schwierig finden, die überhaupt kein Problem damit haben, zu sagen, es ist richtig, wenn es mir besser geht als anderen. Und dies sich auch als ein unbedingtes Verdienst anrechnen, auf diesem Teil des Globus geboren zu sein. Vielen Dank, dass du da warst und dass du die Zeit genommen hast und so offen drüber gesprochen hast. Nicht dafür. Wolf Biermann kann weder singen noch Gitarre spielen. Schönen Abend noch. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020